Na komm rein und setz dich Ich kenne die ganzen Ecken, wo man was bekommt Und weiß genau die Preise und wo es sich lohnt Ich kümmere mich darum, sag nur was dir fehlt Ich besorg dir einen Mörder, wenn du ihn bestellst Und ich wüsste sogar einen, der dir im echten Notfall hilft Ich kümmere mich darum, sag nur was dir fehlt Ich besorg dir einen Mörder, wenn du ihn bestellst Und ich wüsste sogar einen, der dir im echten Notfall hilft Günstige Sardinen und ne Waffe für 5 Mark Russische Zigarren hab ich auch grad noch parat Ne Menge Eckensteher kennen mein Gesicht Und wenn du die fragst, sagen sie, woanders gibt's das nicht Gelände liegen hier, die sind vom letzten Jahr Die sind so gut wie neu, hab sie aus einer Bar Ja genau, die kannst du haben, vielleicht ergibt sich was Später ärgerst du dich sonst, dass du sie nicht hast Ich kümmere mich darum, sag nur was dir fehlt Ich besorg dir einen Mörder, wenn du ihn bestellst Und ich wüsste sogar einen, der dir im echten Leben hilft Ich kümmere mich darum, sag nur was dir fehlt Ich besorg dir einen Mörder, wenn du ihn bestellst Und ich wüsste sogar einen, der dir im echten Notfall hilft Du weißt, du kannst mich immer fragen, wenn dir etwas fehlt Ich werde mich drum kümmern und wenn es geht, noch schnell Also nimmst du jetzt das Ding hier, das ganze Zeug muss raus Und hier noch diesen Haken und diese trockene Fledermaus Wenn du willst, tisch ich dir dicke Lügen auf Und wenn du grad nicht hinsiehst, verkauf ich deine Haut Und hier sind noch Adressen von Leuten aus der Stadt Die sind genau wie du und haben die Langeweile satt Ich kümmere mich darum, sag nur was dir fehlt Ich besorg dir einen Zirkus, wenn du ihn bestellst Und ich wüsste sogar einen, der dir im echten Leben hilft Ich hab hier alle an Sachen liegen Hier ist noch ein alter Brief von Sonja Kannst du nicht gebrauchen, wa? Ne Nasenhalsschere Hab ich aus echtem Silber Sicher Ja Und hier das Kalb mit zwei Köpfen Drüben in der Vitrine Da können wir mal drüber wischen Ja, dann kann man reingucken Die original abgehackte Frauenhand Kann man immer mal gebrauchen Du suchst nach einer Rolle Stacheldraht Die hab ich im Schuppen, da müssen wir einmal ums Haus rüben Und auf dem Weg hab ich auch noch ein paar Sachen, die kann ich dir zeigen